Er macht Rasierschaum in eine Pfanne und dann kann man das Ganze da irgendwie so komisch rumschwabbeln. Willkommen zu ihr, Marquette, die Zuckerpuppe probiert, Part 52. Wir sagen, wir gehen jetzt mal in die Küche und probieren das einfach mal aus. Weik, weik, weik. Ich habe hier vorhin nämlich noch Rasierschaum gekauft. Machen wir jetzt einfach in eine Pfanne. Okay, erstmal machen wir die Pfanne heiß, damit das direkt funktioniert. In der Zwischenzeit macht ihr schon mal die 1,5 Millionen voll. Sache macht jetzt mit, weil sie findet es auch cool. Pfanne brutzelt, das kann jetzt rein. Okay, warte ich mal rein. Oh, 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 nee, das klappt nicht so. Warte ich mal nochmal. Hä? Normalerweise soll man das dann jetzt so rumschubsen können. Oh man, hä? Na ja, ein bisschen geht's. Oh, das riecht gut. Ja, toll. Was mache ich falsch?